Gewitter gibt es in den... Die wischen sozusagen einmal feucht durch Deutschland durch. Das norwegische Küstenbez... Aber viele werden die Mondfinster nicht... Finster nicht... Norwegen und gerade da die Lofoko... Astronomisches Ereignis, nämlich eine partielle Naturfinsternis. Eine der schönsten Regionen in ganz... Ja, auf der Welt... Mann! Die Sichtbarkeit... Hä, wieso steht denn da nur Mondfinster? Eine der schönsten... Jetzt kommt die Welt! Eine neue Runde Sommer ist ausgeblasen... Ne, angeblasen. Nur noch Werte über... Scheiße. Fuck, Mann, ne. Das ist irgendwie so... Ja, und dementsprechend kann es dann auch... Scheiße. Da! Allerdings... Scheiße. Mitte nächster Woche sind selbst 40 Grad nicht scheiße. Das Wetter so Richtung Prolarkreis. Proleten. Heute Nacht tröpfelt es dann im Nordösten... Im Östen... Hier in den Rheinregionen, einem Rund um Köln und Köln. Herr Kölner, love. Die Luft ist eben ziemlich schwul. Schwul. Nein! Ah! Und da ja die erste Hälfte echt doch ein bisschen sprachlos gemacht hat. Vor allem am Niederrhein, da haben wir Spitzenwerte... Berge so richtig zum Strahlen, wie hier das Hintergrundsbild. Hintergrunds... Sag mal, hier. Gibt's auch gar nicht. ...dich nach oben zu steigen, eine neue Hitzewelle... Und auch häufig aufgelockert in Oberbayern. Dafür ab... Da ist ja gar keine 30 drauf. Oh! Oh! Ungewöhnlich warm. Da fragt man sich denn... Ja, was fragt man sich denn? Am... ...schönen.